Hallo und herzlich willkommen. JTL POS Standalone ist Ihr Einstieg in den Einzelhandel. Mit dem Download unserer kostenlosen App erhalten Sie von Anfang an den vollen Funktionsumfang unserer Kastensoftware. Profitieren Sie von zahlreichen Funktionen und Features, die wir speziell für den stationären Handel entwickelt haben. Laden Sie JTL POS Standalone im Google Play Store herunter. Alles, was Sie benötigen, um die Kasse sofort in Betrieb zu nehmen, ist ein Android-fähiges Gerät ab Android-Version 5.0. JTL POS lässt sich beliebig erweitern. Ob Bon-Drucker, Katzenlade oder Handscanner. Externe Hardware rüsten Sie jederzeit nach. Einrichtungen Sie haben keine Zeit und Lust, sich lange mit der Technik Ihrer zukünftigen Kasse auseinanderzusetzen? Die Einrichtung von JTL POS geht schnell und einfach von der Hand. Unser praktischer Einrichtungsassistent führt Sie durch die wesentlichen Schritte. Grundlegende Einstellungen wie Steuersätze, Benutzer oder E-Mail-Vorlagen richten Sie einmalig zu Beginn ein und passen JTL POS damit individuell Ihren Erfordernissen und dem CI Ihrer Firma an. Sortimentspflege Jedes Produkt, das Sie verkaufen möchten, können Sie in JTL POS Standalone als Artikel anlegen. Sortieren Sie Ihre Artikel in Kategorien, um auch ohne einen angeschlossenen Scanner schnell und einfach zu kassieren. Für jeden Artikel können Sie Informationen hinterlegen. Sie entscheiden, ob Sie nur den Preis pflegen möchten oder ihm eine Beschreibung und ein Bild hinzufügen. JTL POS bietet Ihnen auf Wunsch aber noch mehr Übersicht und erfasst für Sie den Bestand und zeigt Ihnen den Einkaufspreis an. Mit Hilfe von Variationskombinationen verkaufen Sie Ihre Artikel beispielsweise in verschiedenen Größen oder Farben. Die zentralen Artikeldaten pflegen Sie dabei zentral im Hauptartikel. Der Konfigurator in JTL POS Standalone hilft Ihnen individualisierbare Produkte zu erstellen, die bestimmte Elemente optional enthalten können. Produktbundles können Sie mithilfe von Stücklisten vorbereiten und zusammen verkaufen. JTL POS verfügt über ein ausgefeiltes Rabattsystem. Wählen Sie frei aus, ob Sie einen Rabatt für einen Artikel, eine Kategorie, einen Kunden oder einen Bon anwenden wollen. Auch ob Rabatte kombinierbar oder nur in einem bestimmten Zeitraum gültig sind, legen Sie individuell pro Rabatt fest. CSV Import Export Sie müssen Ihre Daten nicht über die Oberfläche von JTL POS pflegen. Dank des einfachen CSV Imports können Sie alle Artikeldaten auch in einer strukturierten CSV-Datei vorbereiten und anschließend in JTL POS importieren. Der CSV Export ist praktisch und vor allem für die Massenbearbeitung von Artikeldaten geeignet. Sie exportieren einfach alle Artikel per CSV, bearbeiten die Datei und importieren sie anschließend wieder. Zahlungsarten Mit JTL POS bieten Sie Ihren Kunden alle Freiheiten, wenn es um die Wahl der Zahlungsart geht. Ob bar oder über einen integrierten Zahlungsanbieter, über dessen Geräte Ihre Kunden die gewünschte Zahlungsart selbst wählen können. JTL POS minimiert Ihren Verwaltungsaufwand für Zahlungen erheblich. Sie möchten einen Zahlungsanbieter verwenden, der noch nicht in JTL POS integriert ist? Auch das ist problemlos über die OPI-Schnittstelle möglich. Hierzu benötigen Sie lediglich die OPI-Zugangsdaten Ihres Zahlungsanbieters und schon können Sie ihn in nur wenigen Schritten integrieren. Kassiervorgang Mit dem ersten Scan oder einem einfachen Klick starten Sie in JTL POS einen neuen Bon. Weitere Artikel fügen Sie einfach über zusätzliche Scans oder die Artikelauswahl hinzu. Divers Artikel, die nicht im System erfasst sind, nehmen Sie per Direkteingabe während des Kassierens auf und können diese anschließend bearbeiten. Alternativ legen Sie sich Favoriten an, die zum Beispiel Freipositionen enthalten. Diese können Sie individuell anpassen. Auch Ihre übrigen Artikel verknüpfen Sie nur mit einem Klick mit den Favoriten. Es kommt regelmäßig vor, dass Sie Bons auf mehrere Personen aufteilen müssen. Mit der Bon Splitten-Funktion von JTL POS gelingt dies schnell und einfach. Die Funktion Bon Parken erleichtert Ihnen das gleichzeitige Erstellen mehrerer Bons. Beispielsweise dann, wenn verschiedene Verkäufer auf ein und dieselbe Kasse zugreifen. Mit einem Klick auf Zur Kasse schließen Sie den Verkaufsvorgang ab. Hier wählen Sie eine der vorher eingerichteten Zahlungsarten aus. Bar-Entnahmen und Bar-Einzahlungen lassen sich jederzeit durchführen. Erfassen Sie dabei immer auch den Buchungsgrund, um jederzeit nachzuvollziehen, wann und warum es Veränderungen am Kassenbestand gab. Buchhaltung und Statistik Machen Sie sich um rechtliche Vorgaben keine Gedanken. Mit JTL POS kassieren Sie konform nach aktuellen Verordnungen und Gesetzen. Erstellen Sie bei Bedarf Zwischenberichte und zum Ende des Tages einen Tagesabschluss. Führen Sie dabei direkt einen Kassensturz durch, mit dem Sie den ganzen Wahrbestand der Kasse prüfen. Auf Wunsch exportieren Sie Ihre Buchungsdaten direkt für DATEV und übergeben Sie an Ihren Steuerberater. Sie wünschen sich einen besseren Überblick über wichtige Geschäftszahlen? Die Statistiken von JTL POS halten Sie anschaulich auf dem Laufenden, wie Ihr Geschäft läuft. JTL POS Customer Display Die perfekte Ergänzung für JTL POS. Verbinden Sie die Kasse mit einem zweiten Bildschirm, auf dem Sie Ihren Kunden wichtige Informationen zum Bezahlvorgang zeigen. Auch Hinweise zur aktuellen Rabattaktion lassen sich hier werbewirksam platzieren. Laden Sie sich JTL POS Customer Display ebenfalls kostenlos im Google Play Store herunter. JTL POS ERP Connected. Sie möchten JTL POS zusammen mit der etablierten Warenwirtschaft JTL Wavi nutzen? Verwenden Sie die Kasse im Betriebsmodus ERP Connected. In einem separaten Video erfahren Sie, welche Vorteile Ihnen JTL POS ERP Connected bietet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Verkäufe mit JTL POS. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.